In diesem Video geht es um die besten Damastmesser. Der Qualitätssieger in unserem Damastmesser-Test geht an das XXG. Mit diesem handlichen Dreier-Set aus Santoku, kleinem Santoku und Office-Messer sind sie bestens ausgestattet für den Kochalltag. Ob Gemüse, Fleisch, Fisch oder Obst das Schneiden und Schälen gelingt mühelos und macht einfach Spaß. Die Klingen dieses Messersets werden aus 67 Stahllagen original japanischem Damaststahl, VG-10 Stahlkern und einem Härtegrad von 60 2HRC gefertigt. Die einzigartige Struktur der Damastklingen macht jedes Messerset aus der Vakoli Edip-Kollektion zu einem echten Unikat. Das Messerset wird in einer hochwertigen Verpackung geliefert, welche zur sicheren Aufbewahrung und zum gesichertes Verstauen des Messersets genutzt werden kann. Durch die abgerundete Optik der schönen Verpackung lässt sich das Messerset direkt verschenken und ist eine große Freude für jeden ambitionierten Koch. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist das Schahn zu Damastmesser. Ein exzellentes Damaststahlmesser hat eine viermal höhere Schärfe als ein normales Stahlmesser, das zum Schutz vor Korrosion, Härte und Verschleiß aus Stahl gefaltet und geschmiedet ist und sorgt für ein gesundes Leben in der Küche. Einzigartiges Handwerk Damastzener Stahl wird jetzt als die Variante des Sandwiches bezeichnet. Die äußere Schicht wird von vielschichtigem weichem Metall geschmiedet und stellt ein schönes Muster dar. Je mehr Metallschichten, desto reicher das Muster und der einzige dekorative Zweck. Dieses Messer ist ein Geschenk für Mama, Papa, Freund oder jeden, der gerne kocht, wie Weihnachten, Geburtstag, Vatertag, Muttertag, Geburtstag oder andere Feiertage. Das Muster auf dem Damastzener Messerklinge sieht aus wie blühende Rosen und sieht sehr zart aus. Es wird eine hohe Qualität sowie Dekorationen in ihrer Küche sein. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Damastmesser-Test ist das Schneidwerk Damastmesser. Die Klingen bestehen aus 67 Lagen Edelstahldamast mit einer extrem harten Mittellage, welche rasiermesserscharf im Winkel 8 bis 12 Grad geschliffen ist. Die Klingen sind beidseitig geschliffen, sodass sie für Rechts- wie auch Linkshänder geeignet sind. Bei der DI-Serie ist der Griff aus Hartholz gearbeitet, welcher sich schmeichelnd in jede Hand legt. Durch die ergonomisch geformten Griffe wird ein sicheres und angenehmes Arbeiten garantiert. Die Messer werden alle in einer hochwertigen Geschenkbox ausgeliefert. Sie eignen sich dadurch sehr gut zum Verschenken oder lassen sich darin sicher aufbewahren. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.